Hitting the relay in... 3... 2... 1... Hallo und herzlich willkommen zur sechzehnten Folge von Mass Effect 2 mit mir und dem Regie. Boah, es ist schon ewig her, dass ich hier mal eine Aufnahme gemacht habe. Dann muss ich erst schauen, wo wir hier sind. Ah ja, okay. Grand Loyal, Morden Loyal, den Justicar muss man noch holen, den Assassinen, was für den Shadow Broker, Mirinda Loyal und ach ja, Stop the Collectors. Hätte ich ja jetzt fast vergessen. Und hier haben wir... Okay. In Seven Blue Sun Space... Äh, im batterianischen Awesome Posten müssen wir da noch rauchen, wir sind Fire Broker Scheiße. Dann schauen wir doch mal. Soweit ich weiß, haben wir das letzte Mal... Dings gemacht. Äh, hier die Loyalty Quest von Garus. Und ich habe das Spiel jetzt auch ein bisschen leiser gestellt. Merkt man wahrscheinlich. Sooooooo... Commander, you received a new message at your private terminal. Dachte ich mir schon fast. Admiral Daruksen Vaz Moran. Ich glaube es ist mal wieder Zeit mit der Crew zu sprechen. Okay. Yo, Jacob. Thanks for diverting to the Gernsback, Shepard. I appreciate being able to clean up that mess. And don't worry. It will not affect how I do my job. It's over. I'm interested in getting to know you better. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. Any thoughts on how to prepare again? We've got the best armor available. Good. The rest is outside my... We'll talk later. Commander. Commander. Okay, let's look at Modern. Hold. I wanted to run here. Okay, let's look at Modern. Hold. I wanted to run here. Good. Alls was so grad geht, haben Sie. Mal schauen, ob Modern was... Meine Studenten sind mit Blut zurückgehalten. Kazumi ist hier noch genau. Die Render müssen wir nicht reden, weil das sind wir ja gerade dabei. Mit der Loyalty Mission Gareth haben wir gemacht, also wäre es gut, wenn wir jetzt mal Dawn haben. Shepard, need me for something? Also, er muss Geschütze können. Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. I wanted to thank you again for your help with Sedonas. Whatever happens with the Collectors or the Reapers or whoever else comes after us, I know you'll get the job done. I couldn't do this without you, Garrus. Sure you could. Not as stylishly, of course. It's strange going into a suicide mission on a human ship. Your people don't prepare for high-risk operations the way Turingians do. I thought you'd be used to high-risk operations on human ships. I mean, think about tracking Saren to Ilos. Sure, but that was quick. We raced out, landed, blew up some geth and saved the galaxy. This time we've got Miranda and Cerberus and that AI all telling us what we're up against. I think I preferred blind optimism. How do Turingian crews get ready for high-risk missions? With violence, usually. Turingian ships have more operational discipline than your Alliance, but fewer personal restrictions. Our commanders run us tight, and they know we need to blow off steam. Turingian ships have training rooms for exercise, combat sims, even full contact sparring. Whatever lets people work off stress. You mean Turingian ships have crewmen fighting each other before a mission? It's supervised, of course. Nobody's going to risk an injury that interferes with the mission. And it's a good way to settle grudges amicably. I remember right before one mission, we were about to hit a Batarian pirate squad. Very risky. This recon scout and I had been at each other's throats. Nerves, mostly. She suggested we settle it in the ring. I assume you took her down gently? Actually, she and I were the top-ranked hand-to-hand specialists on the ship. I had reach, but she had flexibility. It was brutal. After nine rounds, the judge called it a draw. There were a lot of unhappy bettors in the training room. Shit. We ended up holding a tiebreaker in her quarters. I had reach, but she had flexibility. More than one way to work off stress, I guess. Heh heh. Thanks for the talk, Garrus. I'll see you later. Sure thing. Shit. Disrupt the torpedoes. How can I help you, Commander? You have everything you need. Absolutely. Since you set up my kitchen with proper supplies. Thanks again. I won't take any more of your time. Back to work. What the fuck. That means, now let's go down again. And... Then let's talk with... Jack and Tully. I'm sorry I dragged you into Quarian politics. All that infighting. Seeing what my father did. You were the only one there for me, Shepard. The only cover I had against that storm. Thank you. The whole trial was insulting. You should have had time to mourn your father. I don't think life is about what you deserve. But my father would be honored that I chose to mourn him by blowing up a lot of gap. I should get back to work. But thanks for checking on me. I need to wipe that place off the map. You took me there to do it and I owe you. You don't know what it's like, Shepard. To have garbage like that following you. It marks you in ways you... You don't expect. I've made a lot of hard choices, Jack. Like what to let go. Hard to walk away from it. You'd think it would get easier now that the place is a crater. But what else do I know? Do you think you're different now? I know that place is gone. But I still kind of want to kill every person I see. No offense. I'll take what I can get with you, Jack. You did a lot, Shepard. Shit. I'm not good at this soft stuff. Just... Thanks, okay? No problem. Let's... Let's get back to work. Yuhuu! Oh, no. We need to go. Good. No, we haven't talked about Joker. No, we haven't talked about Joker. Commander. I assume everything is going well up here? It was until the thing started questioning my every move. It won't let anything slide. You were deliberately falsifying maintenance reports, Mr. Moreau. Not falsifying, tweaking. I always round up on task times. It makes us look good when we come in under. Armless self-promotion. Edie can ease off on that. Very well, Shepard. Yeah, go pout. I win. Joker. Right, right. No hard feelings. Good game. That's it for now. See you, Commander. Good, good. But now it'll continue with the questing. Ah, you can see. so scheint zu viel Depot kurz haben wir alles voll Tuchanka Ilium Omega da, mach mal doch das da man DLC Dürfte, ja, moderat Ach scheiße Ich muss erstmal wieder hier in die Steuerung reinkommen 20, 40, 60, 80 Keiner fällt noch Da Eridium brauchen wir jetzt nicht unbedingt Oh, Ridge Oh Wenn man es zusammenkriegt ist es natürlich gut Ansonsten muss man für die beiden Teile einzeln keine Ressourcen beziehungsweise Sonden verschwenden Gut Ah, ich habe Skillfunked Ah, ich habe Skillfunked Ach stimmt, das muss ich ja allein machen Ja, hier nehmen wir das Shotgun passt auch Die Pistole passt auch Und der Mr. Loot Äh, Mr. Loot Mr. Loot Mr. Loot Er passt auch So, jetzt schauen wir her Sobald wir den Doktor da rausholen Die Frau Doktor Das läuft aber auch ziemlich unflüssig Es läuft aber auch ziemlich unflüssig Ja, okay, meinetwegen Hier sind wir vollkommen auf uns allein gestellt Ich frage mich nur, warum das jetzt immer noch so laggt Bullshit Wir wurden spottet Varen Die Paterians muss sende ihre Prisoner down here to die Ich muss den Dr. Kenson jetzt finden Die Pater Die Pater Die Pater Oh, Gott Die Pater Die Pater Gut, weiter geht's Die Pater Die Pater Die Hand Okay, die wird gerade zum Interrogaten gebracht. Wo geht's denn hier hin? Ich bin hier in einem Kaffee-Raum, oder sowas ähnlichem, oder? Jetzt ist halt die Frage, wenn es hier weiter geht. Das war richtig. Wo ging's denn da unten hin? Ach so. Ah, ist hier. Oh! Ja, 400 Kredit! Gut, dann geht's mal weiter. Schaut da vorher nicht einer. Stealth action. Das war's für heute. Ah, ich hätte die auch flankieren können, okay. Oder umgehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Weiter geht's. Das war's für heute. 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 Ah, ich weiß. Das war's für heute. 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 Wer bist du? Was machst du? Dr. Kenson, ich bin Commander Shepard. Ich bin hier für dich raus. Commander Shepard? Ich habe gehört, dass du bist. Hackett muss ich meine Botschaft bekommen. Wir sind nicht sicher hier. Kannst du gehen? Ich bin gut. Gib mir einen Moment. Wir müssen jetzt gehen. Wenn wir eine Konsole finden können, kann ich die Sicherheit hacken. Wir machen uns einen Weg zu gehen. Dann finden wir einen. Los! Ready. Aber was? Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ein Zellblock. Es sollte sich ein Sicherheitsgefühl sein. Access ist restriktet. Enter vom Rennation Code. Das war's für heute. 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 Wow, das war's für heute. 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 Gut. 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 Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut. Das war's für heute. 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 Genau. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das macht ihr Dinge in der Sicht, das ist? Das war's für heute. in zwei Tagen? Es ist kein Zeitpunkt, um zu verlieren. Dann zeigen wir euch die Begriffe. Diese Begriffe aus dem Hangar. Das Artifakt ist in unserer Zentral-Lab-Area. Scheiße! Zweitens? Start durch die Begriffe, am Ende des Korridors zu deinem Leicht. Also, was kostet es, um das Projekt zurückzuziehen? Alles war in der Lage, als wir getroffen wurden. Es war nicht eine Frage, ob wir, ob wir, aber ob wir. Welche Alternativen haben wir? Die Reapers werden dieses System aufhören, Aber der Alpha-Relay ist der Schottkunde für den Rest der Galaxie. Wenn du die Reapers aufbauen willst, muss dieses Relay verstorben werden. Okay, ich glaube wir müssen dieses Relay zerstören. Wir müssen das Projekt wieder zu gehen. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance, wir haben. Eine Sekunde, lass mich die Tür aufbauen. Oh, shit! Oh, shit! Was geht jetzt schon wieder ab? Was geht jetzt schon wieder ab? Was geht jetzt schon wieder ab? Was geht jetzt eigentlich schon wieder ab? Was geht jetzt eigentlich schon wieder ab? Was geht jetzt eigentlich schon wieder ab? Was? Your galaxy is in sight. Your final day is unattacked. I am not a fan-sucker. The way he generated the object is still there. I am not sure what he is doing. I am not sure what he is doing. Was? 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 ohhhh, Sprit, 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 Sprit! Kurve, Sprit, 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 Sprit! Scheiße gegen mir... Brauch ich jetzt schredder... ... Was? 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 Wieder zu Feuermann wechseln? Was? 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 Jetzt sind wir. Das heißt ... Ich habe keine Schilden. Ich habe faith in den Artifakt. Es wird bald. Du bist der erste, um zu sehen, unsere Begegnung. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Geh ihn zum Medbayern und pack ihn. Wir wollen Shepard alive. Buss? 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 Waffen habe ich keine? Buss? 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 Gieter borezüller darunter? Wieaur. Routing power. System failing. Shepherds escaped. All available personnel to the medical wing. Do not let him activate the project. Not much time. I have to get this asteroid moving and get the hell out of here. Ansonst, bis zum nächsten Mal. Ciao.